Jetzt bei Bride of the Reanimator ist die Konkurrenz für Kate Bride wesentlich enger geworden, weil diesmal bekommen sie es mit Arrow zu tun. Und was die aus Bride of the Reanimator gemacht haben, das schauen wir uns jetzt an. Das Ganze ist zwar wieder Hochglanz, aber passend wie das Artwork zu den anderen Brian Usner Filmen, wie eben Society zum Beispiel, hervorragend geprägt. Society war ja der geniale Schuber, wo diese kompletten Eingeweide und sonstigen Sachen einzeln geprägt waren und so weiter. Absoluter Wahnsinn. Und hier haben wir eine 3-Disc Limited Edition. Kann man sich das bei diesem dicken Schuber denken, dass das nur 3 Discs sind? Nämlich einerseits mit der Unrated Version des Films auf DVD und Blu-Ray und außerdem noch die R-Rated Version als Limited Edition Exclusive auf Blu-Ray. Diese Limited Edition hat leider keine Stückzahl aufgedrückt, aber dafür gibt es natürlich auch noch ein Booklet und zwar ist da ein Comic Prequel zum Original Reanimator komplett drinnen. Und als Backcover noch dazu eigentlich fast mein Lieblingscharakter aus den Reanimator Filmen. Ich finde diese Finger-Augen-Hand finde ich einfach nur genial. Also fangen wir einmal an mit dem Digi-Pack, das finde ich wirklich großartig gestaltet ist, wie man es von den Title-Credit-Sequenzen des Films kennt. Das ist ja echt wunder-wunderschön. Eine Karte. Quasi ein Werbe-Flyer zu dem Release, den wir gerade haben. Okay, passt. Ja, spannend. Ein kleines Booklet. Und dann da eben die drei Discs. Und das Ganze ist ja wirklich wunderbar. Es geht dieser Winkel für diese Verpackung nicht. Das ist einfach bitter. Aber wenn wir das entfernen, da sehen wir wirklich, da passt alles zusammen. Da ist alles durchgehend, alles gleich. Das ist wunderschön. Und ich glaube, damit habe ich alleine in diesem Video bereits mindestens zwei Kandidaten für meine Top Ten der besten VÖs des Jahres. Weil, ich meine, das Einzige, was man an diesem Release noch verbessern hätte können, wäre die Tatsache, dass wenn man eh nur drei Discs hat, dass man für die drei Discs auch drei Trays machen könnte und ein Digipack hätte, das man noch einmal aufklappt. Aber, ihr wisst, Digipacks haben es bei mir immer außerordentlich leicht. Vor allem, wenn dann auch noch ein klitzekleines Comic-Heftchen dabei ist, nämlich Dawn of the Re-Animator, eben vorher schon vorgelesen, aus März bis Juni 1992. Und das Ganze hier einfach ganz komplett abgedruckt. Sauggeile Cover. Das eigentliche Comic halt nur in schwarz-weiß. Aber dafür diese Cover-Motive sind natürlich schon sehr genial. Also quasi ein vierteiliges Comic. Da ist dann noch der erste Teil. Ja, tip top. Das gefällt mir echt wieder einmal sehr, sehr gut. Top Arbeit.